ja hallo liebe youtube freunde freunde schalker freunde hier ist der schalker da machen wir einmal für die spieler super gespielt super gespielt leckt mich am arsch ehrlich habt ihr das gesehen die scheiße ehrlich was ist das für eine für eine mannschaft auf dem platz was ist das für eine mannschaft aufwärts keine ehre keine ehre kein stolz haben diese mann bringt mich das alles auf ehrlich was ist das und die tragen unser trikot die sollen sich schämen sowas zu tragen sowas dürfen die nicht tragen niemals was für eine einstellung haben die was für eine einstellung ist das die sollen das trikot ausziehen und nie mehr für schalke spielen diese spieler nee ich habe keine worte mehr hat mich so gefreut auf das spiel sagt komm jetzt holen wir uns die treiben nein und die versauen alles und da wird immer schlimmer diesmal über den trainer sage ich gar nicht weil da sind elf man auf dem platz diesmal elf mal reißt euch doch mal zusammen ehrlich wie die gesagt haben die müssen viele müssen weg von schalke die habe dieses trikot nicht verdient nicht unser trikot nix war ich könnte deswegen meine analyse ist heute ganz kurz alle schwach alle schwach keiner hat verdient für schalke zu spielen diese würmer keiner darf für schalke spielen diese würmer ehrlich und ich sitze da und gucke mir das jedes mal an weil ich immer bete und hoffe dass wir diesmal es umkriegen oder umdrehen dass wir mal wieder gewinnen nein 15 spiele ohne sie 15 spiele ohne sie dass die sie nicht stehen sollen sich keine wagen vor dem mikro zu gehen und irgendetwas da erzählen was ist das man mir fehlen die worte heute ehrlich das ist wirklich mir fehlen die worte ich schaue mal dass ich mich morgen beruhige und das spiel anders analysiert aber da gibt es gar nicht so analysiert da gibt es nicht so analysiert die waren grottenschlecht grottenschlecht waren die sowas haben mehr nicht dann nennen sie fußball profi ne doch meine freunde tut mir leid aber ich wünsche euch für ein schönes wochenende aber mein hals ist nein ich bin am platzen ehrlich wünsche euch ein schönes wochenende dass ihr das noch habt genießt doch den samstag ich kann nicht genießen tut mir leid ich kann gar nicht genießen euer schalker